Der existierende Mensch Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben richtig gehört, bis auf das kleine Einspielen von dem, was dann danach noch kommt. Sie haben jetzt Karl Valentin gehört und Liesl Karlstadt. Eine alte Aufnahme von 1945 passt, glaube ich, ganz gut zum heutigen Thema. Das heutige Thema, das lautet Nähren und Sinn. Auch da hören Sie richtig, also nicht nur, würde ich einmal sagen, Ernährung, sondern ganz breit gefasst Nähren. Heute bei mir in der Studiokabine, Gritli Köhle. Gritli Köhle ist als Küchentrainerin in der Sozialpsychiatrie seit neun Jahren tätig. Sie ist überzeugte Vegetarierin. Und ganz spannend, sie hat mir gesagt, ich könnte sie auch so vorstellen, dass ich zum Schluss sage, sie entwickelt sich hin von der Ernährung zur geistigen Nahrung. Klingt spannend, schauen wir mal. Das heißt, ich weiß nicht genau, ob jetzt vielleicht die Gritli dann gar nichts mehr isst, sondern nur mehr auf einem geistigen Niveau sich ernährt. Schauen wir mal, was sie damit meint. Meine Damen und Herren, diese Sendung, wie Sie davor gehört haben, Der existierende Mensch, können Sie auch gerne herunterladen. herunterladen auf www.sinn-los.at Da finden Sie alle vergangenen Sendungen und auch die zukünftigen Sendungen. Auch haben Sie unter dieser Adresse die Studionummer. Die wäre, ich sage es Ihnen nochmal, Das heißt, Sie können auch heute gern wieder anrufen. Bis jetzt haben es schon sehr viele genutzt. Genau 0, vielleicht heute ein bisschen mehr. Wenn Sie Anregungen schreiben wollen zur Sendung, Wenn Sie vielleicht auch Beiträge entweder selber einbringen wollen, schreiben Sie mir es, lade Sie gerne ein in die Sendung. Wenn Sie irgendwelche Zitate einbringen wollen, können Sie mir auch gern Wortbeiträge schicken. Sie können aber auch gern Impact3-Datei, Wave-Datei, wie auch immer schicken und ich baue Sie dann ganz gern ein. Okay. Meine Damen und Herren, kommen wir zu Gritli. Gritli. Wir haben ja gesagt, die Vorstellung machen wir wieder mit dem existenziellen Steckbrief. Name? Gritli Köhle. Geboren? In Hamburg. Aufgewachsen? In Seefeld, in einer Bäckerei. Gritli, was verbindest du mit deiner Kindheit? Eigentlich ein Kulturschock, von Hamburg nach Tirol verpflanzt worden zu sein. Und dann, so nach der Kindheit? Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht, habe zwei Kinder bekommen und habe dann eigentlich den Beruf gefunden, in dem ich jetzt bin und der mir sehr viel Freude macht. Gritli, noch zum Schluss vom Steckbrief. Was machst du denn gern? Was mache ich gern? Viel Zeit verbringe ich mit unseren Tieren, mit zwei Hunden und einer Katze und einem Pferd. Das ist mir sehr wichtig und ich gehe gern spazieren, verbringe gern Zeit mit meinem Mann. Ja, das sind eigentlich die Sachen, die ich am liebsten tue. Kochen tue ich auch gern, aber das mache ich beruflich auch. Also meine Damen und Herren, Sie hören, wieder ein ganz interessanter Studiogast, ganz, ganz vielfältig. Wir haben vielleicht ein bisschen so eine Verbindung zum letzten Studiogast, wenn Sie gehört haben, war das letzte Mal ja Mundau-Dichtung und Sinn. Da war auch so ein bisschen das umgezogen, würde ich mal sagen, anderer Kulturkreis erleben. Zwar bei der Lillo haben wir es gehabt, so innerhalb von Österreich, Wien, Tirol, Oberösterreich. Die drei haben wir eigentlich gehabt. Bei der Gritli haben wir so von Hamburg herein. Auch so wie sie ein bisschen erwähnt hat, so Kulturschock mit der Kindheit. Also auch da, glaube ich, wäre es noch interessant dann. Vielleicht hören wir noch ein bisschen mehr. Mir geht es ja bei der Sendung ganz stark darum, um Ihnen einfach so die Möglichkeit zu geben und mir und meinen Studiogast so ein bisschen in einen Dialog zu treten, uns auszutauschen, so das Interessezwecken an dem Anderen, an der Anderen, die was so da ist. so mit allem Möglichen, was entstehen könnte. Ganz, ganz spannend an dieser Sendung. Wir haben uns jetzt davor da ein bisschen unterhalten drüber. Wir wissen nicht genau, wo es hinführt und Sie wissen es ja auch nicht da. Und genau das ist aber, glaube ich, das Spannende. In der heutigen Zeit, wenn man sich anschaut, wie, gerade so im privaten Rahmen, aber auch im beruflichen Rahmen, wie Dialog passiert, ist es meistens so, dass jemand im Hinterkopf schon ganz extrem vorformuliert hat, was möchte er denn sagen. Der Andere sagt was, ich habe eigentlich schon im Kopf, okay, was möchte ich sagen, wann hört sich jetzt endlich auf und darf ich reden, dann gibt es einen Freiraum und ich komme mit meinen herein. Dabei überlegt das Gegenüber wieder ganz stark, was möchte ich sagen, wie möchte ich sagen, wie möchte ich das zur Geltung bringen und kommt wieder mit dem rein. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wenig echter Dialog drinnen. Echter Dialog, was auch heißt, mich zurückzunehmen, zu überlegen, zu hören, was sagt der Andere und dann auf das dann einzugehen. Ich habe zwar da jetzt auch ein Haufen Sachen, was ich Ihnen gern vermitteln möchte, aber trotzdem gehen tut es ganz stark jetzt da heute auch um die Gretli. Und Gretli, ich habe dich ja gefragt, ich glaube einmal, 20 Minuten vor der letzten Sendung, was das Thema der heutigen Sendung sein kann. Und du hast gesagt, ja, Nähren und Sinn. Wie habe ich denn auf das Thema gekommen? Nachdem ich mir entschlossen habe, dass ich da einmal in die Sendung Krim, habe ich mir lange Gedanken gemacht, wie der Titel sein kann. Und irgendwie Ernährung und Sinn waren mir zu eng gefasst und hat auch nicht gepasst. Und dann habe ich mir gedacht, Nähren ist eigentlich so umfassend, weil das beinhaltet sowohl die Ernährung, also wirklich auch das, was man isst, als auch das Nähren, was man halt, sage ich, von einer Mutter bekommt als Baby oder die geistige Nahrung oder einfach auch umsaugt werden. Das steckt für mich alles in Nähren drin und ja, über das wollte ich gerne reden. Klingt total spannend. Ich habe dann auch versucht, nachdem du mir das Thema gegeben hast, so ein bisschen im Internet nachzuschauen. Was sagt zum Beispiel, ich habe ein bisschen nachgeschaut, bin dann auf den Duden gekommen, so das deutsche Wörterbuch und habe ein bisschen geschaut, was heißt denn Nähren? Woher kommt denn das? Was man findet ist, es kommt so aus dem mittelhochdeutschen Nähren, ein Klammer steht da eh dabei, also mit eh geschrieben, aus dem althochdeutschen Nährian und ganz spannend, ursprünglich steht da drinnen, hat es was zu tun mit Retten, am Leben erhalten. Klingt gesprungen, ja, ich denke, das ist ja so die ursprüngliche Bedeutung davon, weil man muss Nahrung zu sich nehmen, um am Leben zu bleiben und also jetzt, wenn ich wieder auf das zurückkomme, ein neugeborenes Baby und die Mutter, da steckt ja noch viel mehr drin, als jetzt sage ich die Muttermilch, sondern das ist einfach auch die Bedürfnisse des Neugeborenen zu stillen, ist genauso das Nähren. Und ohne, dass die Bedürfnisse gestillt werden, kann man nicht überleben und kann man nicht leben und kann man auch sicher kein glücklicher, erfüllter Mensch werden. Also praktisch, dass das Nähren wirklich die ganz, die basale Grundlage bietet, oder, für das Ganze? Ja, es ist sicher eine Zuwendung und Zärtlichkeit und eben nicht nur das Geben von einem Nahrungsmittel. Gretel, jetzt hast du ja du, so wie du ja gesagt hast, in der ganzen Biografie drinnen, so, wie du gesagt hast, die Kindheit verbindest du mit dem von Hamburg, daher umgezogen zu sein. Wie war das? Jetzt denke ich mir auch so in die Richtung Nähren, hast du auch so mit der Kindheit, hast du so mit Eltern, hast du so mit dem in Verbindung gebracht, was so basal da sein muss für das Kind? Jetzt denke ich mir, ich weiß zwar jetzt nicht ganz genau, aber ich kann mir auch vorstellen, Hamburg und da, gibt es da Unterschiede? Gibt es da Unterschiede, wo du auch sagst, so was dann auch mit diesem Thema zu tun hat? Nach Preisgefahr? Ja, ja, hat es sicher, also bei mir war es so, ich war vier, als wir hergezogen sind und in Hamburg haben meine Eltern sehr viel Zeit gehabt für uns, also mein Bruder war da auch schon auf der Welt, mein Vater, sehr viel Zeit und viel Zeit mit uns verbracht und viel Zuwendung und jetzt abgesehen von der, von Nahrungsmitteln, also sind wir da sicher sehr gut genährt worden, wir sind dann nach Seefeld gezogen, mein Vater hat einen Betrieb übernommen und da war es dann so, dass einfach beide immer gearbeitet haben und ganz wenig Zeit für uns Kinder war und wir da ein bisschen uns selbst überlassen waren, so wie es ja in vielen Tourismusbetrieben in Tirol ist und das ist für mich eigentlich so der größte Kulturschock gewesen, ich meine, es war auch der mit der Sprache, das hast du ja eh schon erwähnt, mir hat das sehr angesprochen da von der Lilo, von der letzten Sendung, weil ich bin hergekommen, meine Muttersprache war erst reines Hochdeutsch und mir ist dann nahegelegt worden, endlich gescheit reden zu lernen, also mit Hochdeutsch habe ich da mir keine Freunde gemacht, ich habe dann Dialekt gelernt, wie engere Fremdsprache, aber der Kulturschock war für mich wirklich dieses sehr wohlbehütet sein, mit sehr viel Zeit, die unsere Eltern für uns gehabt haben, dann daher zu kommen und das eigentlich schlagartig nicht mehr zu haben. Das mit dem Kulturschock, mit der Sprache kann ich ganz gut nachvollziehen, dieser Unterschied, ich weiß, ich war vor zwei Monaten war ich einmal im Zuge von der Fortbildung in Norddeutschland oben, habe dann versucht, sage ich einmal, Hochdeutsch zu reden und der Vortragende, der hat immer wieder gesagt, bitte reden Sie Deutsch, ich verstehe Sie nicht, also ich mir davor dann denke, ich rede eh Hochdeutsch, das heißt also von dem her, so wie du sagst, das muss echt extrem schwierig sein, sich dann so dieser Fremdsprache, Dialekt irgendwie anzunähern. Und dann ist ja jetzt das Hochdeutsche nicht sehr positiv besetzt in Tirol, das ist dann auch noch dazugekommen, also ich denke, wenn ich als Muttersprache Englisch gehabt hätte, dann wäre es fast noch leichter gegangen. Meine Damen und Herren, Sie hören, ganz, ganz spannend, weil ich denke mir, die Gittl ist ja jemand, der gibt uns da gute Einblicke und gibt uns gute Einblicke in ein Thema, was uns alle auch betrifft, oder? Was uns alle betrifft, so mit dem, wie, sie können sich selber vielleicht auch fragen, sie sind vielleicht nicht von Hamburg hergezogen, sie sind vielleicht im Ort geblieben oder innerhalb von Österreich herumgezogen, aber einfach noch einmal, wie war denn das für mich dazumal? Was war schön? Was war nicht schön? Wie habe ich denn das erlebt? Ich glaube, das ist schon eine Zeit, was zum einen ganz eine wichtige Zeit ist, weil sie einfach auch, weil sie uns prägt, ob wir es wollen oder nicht, auch jetzt, auch, wenn wir, keine Ahnung, 40, 50, 60, 70 sein, ja, und ich denke mir, schon eine Zeit, wo zum einen auch Stärken drinnen sind und auf der anderen Seite schon auch ganz, ganz wichtig ist, Richtung, wie entwickeln wir uns weiter, ja, auch bestehende Ressourcen, auch auf der anderen Seite vielleicht auch gewisse Defizite drinnen sein, was wir entweder im Laufe des Lebens dann entwickelt haben, also weiterentwickelt haben, sagen wir, in Richtung Ressourcen oder einen Umgang damit entwickelt haben. Aber, bevor wir jetzt zu lang über das Ganze jetzt reden und der eine oder der andere von Ihnen sich schon denkt, gut, eigentlich möchte ich gerne einmal Musik hören, Gretel, du hast uns ein bisschen was mitgebracht, was darf ich spielen? Ich habe mir gedacht, das passt gut, also mein Bruder ist ein Teil von Ratzfatz und die machen ja Musik für Kinder, die aber auch sehr gut für Erwachsene tauglich ist und da gibt es ein Lied, das heißt Pizza Samba und das würde ich jetzt ganz spielen. Genau, und der Pizza Samba, der scheint wirklich so super zu sein, meine Damen und Herren, wie Sie am Anfang schon gehört haben, nach den Semmelknölen, da hat sich der ein bisschen selber für selbstständig eingeschalten, aber jetzt auf Befehl schauen wir, ob er auch noch einmal kommt. Also Pizza Samba von der Gruppe Ratzfatz. Gretel ist super, genau auf so ein Lied wollte ich kommen. Ich habe ein bisschen nachgeschaut und ja, habe so ein Lied eigentlich nicht gefunden. Schön, dass du uns das mitgebracht hast und schön, dass das dein Bruder, gell? Mhm. Wie heißt der Bruder nochmal? Freio. Freio. Freio Köhle und macht eben Ratzfatz unter anderem. Er ist Musiker und macht viele Sachen und mit dem sind sie aber eigentlich am erfolgreichsten. Mhm. Ah, schön. Freio, super. Vielleicht leuchst du uns auch mal für die nächstfolgenden Sendungen ja, eine Musik von dir, was wir einspielen können. Klingt interessant, vielleicht hast du auch zu nächstfolgenden Themen, die unter anderem sein werden. Behinderung und Sinn, andere Kulturen und Sinn, Märchen und Sinn, sagen wir denn noch, Jugend und Sinn, dann kommt der praktische Arzt und Homöopath unter das Thema Sinn. Also, und es werden sicher noch einige Folgen also, wie gesagt, meine Damen und Herren, melden Sie sich, dann können wir auch gerne Ihr Thema einbringen und Freio, wenn du da eine Musik dazu hast, bitte, bitte schicken wir sie oder gib es der Gretli und dann bekommen wir es. Also er hat zu jedem Thema ein Lied. Hm, wow, wow, das klingt ganz geil. Gretli, wegen Ernährung habe ich jetzt ein bisschen nachgeschaut im Internet davor und bin auf einem europäischen Aktionsplan Nahrung und Ernährung der WHO gestoßen. Der Aktionsplan, so steht drinnen, der ist von 2007 bis 2012 haben die den irgendwie angesetzt und da haben sie so ein Statement drinnen und meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen das Statement kurz vorlesen und ja, vielleicht eröffnet sich da ein ganz guter Diskussionsbereich. Was da drinnen steht ist folgendes, obwohl nahezu alle Mitgliedstaaten der europäischen Region mittlerweile über staatliche Handlungskonzepte im Bereich Ernährung und Lebensmittelsicherheit verfügen, wächst die durch mangelhafte ernährungbedingte Krankenlast in der Region weiter, insbesondere in Folge Adipositase-Epidemie. Darüber hinaus stellen auch durch Lebensmittel übertragene Krankheiten immer noch eine Herausforderung für die Gesundheitssysteme der Region dar. Und weiters schreiben sie dann eine, dass die WHO beziehungsweise die Regionalbüros für Europa sich dazu verpflichten, dass sie eben da einen Aktionsplan umsetzen, der auf Mobilisierung der Öffentlichkeit, Politik und so weiter besteht. Aber Kretli, du hast dich sehr mit dem Thema Ernährung und eben auch Nähren, da kann man ja nachher, oder besser gesagt kann man ja ein bisschen weiter, aber auch Ernährung beschäftigt. Du hast ja selber eine, ja, du hast ja selber ein Lokal gehabt. Was für Lokal hast du da noch mal gehabt? Ein vegetarisches Restaurant in Seefeld. Okay. Was sagst du dazu? Stimmt das, was da drinnen steckt? Das stimmt ganz bestimmt. Also ich habe jetzt auch kurz noch gerade ein Buch gelesen, wo es auch ein bisschen um das Thema geht und eines der größten Probleme ist meiner Meinung nach die denaturierte Nahrung, die so viele Leute mittlerweile zu sich nehmen. Also es heißt, dass die meisten Lebensmittel irgendwie verändert werden, dass die Nahrungsmittelindustrie da irgendwelche Sachen herausholt gibt oder dazugibt, manchmal unter, also das wird dann eben Functional Food genannt oft einmal, das soll besonders gesund sein, nur es wird dabei vergessen, dass grünschlich zugesetzte Vitamine oder irgendwelche Stoffe im Körper dann ganz anders wirken, als wenn man sie jetzt in einem Apfel zum Beispiel zu sich nimmt. oder es gibt da Untersuchungen dazu, dass diese ganzen Leitprodukte, also die entfetteten Produkte oder die ohne Zucker und mit Zuckeraustausch Stoffen oft die ganz gegenteilige Wirkung haben, also dass man da sicher nicht abnimmt dadurch, sondern eher zunimmt und dass da viele Menschen dann ja eigentlich muss man sagen belogen werden, weil ihnen wird vorgegaukelt, dass es ganz besonders gesund ist, was sie da zu sich nehmen und in Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Jetzt Gretli, in deinem Lokal, in deinem vegetarischen Lokal, was du geführt hast, hast du dazu mal das schon gewusst oder ist das eher dann was gekommen, wo du dich jetzt im Laufe der Zeit dann damit beschäftigt hast? Also mittlerweile habe ich da jetzt Untersuchungen dazu gelesen und gehört, aber ich denke mal, ich habe es immer schon gewusst, also es war mir immer schon klar, dass wenn ich einfach eine Kartoffel koche und isst, dass das besser ist, als wenn das gentechnisch veränderte Kartoffel ist oder ob das ein fertiges Pommes frites ist, was ich nur mehr im Backrohr warm machen muss. Also das ist für mich eine Sache vom gesunden Menschenverstand. Das ist ja zum einen, ich glaube meine Damen und Herren, wenn Sie, wenn ich darüber nachdenke, erscheint es uns auch logisch, trotzdem gibt es auf der einen Seite die Industrie, Functional Food, wie du gesagt hast, Gretli. Ja, warum brauchst du das überhaupt, Functional Food? Ich glaube, dass da vielen Menschen auch schlechtes Gewissen eingeredet wird, dass sie sich gesund ernähren müssen, also eben gesund unter Anführungszeichen und dass jeder, der ernährungsbedingt Erkrankungen hat, selber daran schuld ist, weil man hat ja die Möglichkeit, sich gesund zu ernähren und was gesund ist und was nicht, wird von der Nahrungsmittelindustrie und auch von der Werbung dafür vorgegeben und es ist eigentlich die Ernährungskompetenz ist den Köchen und auch den Hausfrauen oder Müttern oder auch den Hausmännern natürlich völlig aus der Hand genommen worden, also es gibt jetzt so viele Ernährungsexperten mit sich widersprechenden Theorien, sodass die Menschen eigentlich ziemlich verwirrt vor dem ganzen Angebot stehen und dann weiß ich nicht, dann als Eltern eben denken, jetzt nimm mir dieses oder jenes Milchprodukt, weil da steht drinnen, da ist viel Kalzium drin und das ist dann gut für die Knochen von meinem Kind und wird aber natürlich auch verheimdacht, dass dann auch noch ganz viel Zucker drinnen ist oder solche Sachen. Ich denke, dass die Menschen teilweise bewusst verunsichert werden und dass die Nahrungsmittelindustrie dann vorgibt, die Lösung zu haben. zum einen wie du sagst verunsichert, Nahrungsmittelindustrie hat die Lösung, zum anderen könnte ich mir vorstellen, aber das warst du aus der Hand, dass man vielleicht jetzt gerade so in einem Gastbetrieb mit ich muss schnell was zubereiten, ich muss schnell was hervorbringen, ich muss das Ganze auch in einem gewissen preislichen Spektrum drinnen halten, vielleicht auch dazu trieben wird, gewisse Fertigprodukte einzusetzen. Wie war das bei dir dazumal, bei deinem vegetarischen Restaurant, wie lange hast du das gehabt? Fünf Jahre lang. Und wo war das? In Seefeld. In Seefeld, okay. Wie war es dazumal in der Zeit? Das war insofern anders, als dass ich lange gekocht habe und keine Fertigprodukte verwendet habe. Ich meine, das war Teil meiner Philosophie, dass ich keine Mikrowelle habe und keine Fertigprodukte habe, sondern vegetarisch vollwertig frisch koche. Das war, ja, unter dem Motto ist das lokal gestanden. Das ist ja, ich denke, es war jetzt kein typischer Gastronomiebetrieb, weil für mich da ganz viel Ideologie dabei war. Also mir war das ganz wichtig, so ein Essen anzubieten und ein vegetarisches Essen anzubieten. Ich meine, es ist aus dem entstanden, dass wir Vegetarier geworden sind, vor 16 Jahren oder so und dann festgestellt haben, jedes Mal, wenn wir essen gegangen seien, dass wir einfach nichts gekriegt haben. Also wenn, dann ab und zu mal Kassperzeln und da war dann auch oft noch Schinken dabei oder so und ich habe mir gedacht, es wird vielleicht noch andere Menschen geben, die auch gern anders essen wollen und habe dann das Restaurant aufgemacht und es ist ja, von dem her war es sicher kein typischer Gastronomiebetrieb, aber ich glaube auch in normalen Restaurants oder Hotels müsste es nicht so viel Convenience, also sprich fertig und halbfertig Produkte geben. Das ist viel auch der Hintergrund, dass die Unternehmer da die menschliche Arbeitskraft sparen wollen, weil was in die Mikrowelle zu stecken oder in Dampfwärmer, das kann gleich einmal jemand, auch keinen ausgebildeten Koch, aber das hat dann auch den, kommt dann auch, geht damit einher, dass viele Köche oder Kochlehrlinge dann frustriert ihre Lehre abbrechen, weil sie ja, weil sie das Gefühl haben, dass sie da nicht wirklich lernen, gesunde Nahrungsmittel gut zuzubereiten, sondern sozusagen Handlanger sein, der halbfertig Produktindustrie. Ja. Meine Damen und Herren, Sie hören heute ganz, ganz ein kritisches Thema, Thema rund um Nähren, rund um das, wie die Gittli sagt, so die Basis auch von unserem Sein, die Basis, aus dem wir Energie herausziehen, ganz kritisch auch in Richtung Köche, die frustriert ihren Job dann aufgeben, beziehungsweise Hoteliers oder Gastronomiebetreiber, die aufgrund von, ich würde es einmal sagen, weil sie es halt billiger anbieten wollen, weil sie halt keine gelernte Arbeitskraft anstellen wollen, dann irgendwie mit einem Push versuchen, mit irgendwelchen Fertigprodukte, die diese Nährstoffe nicht enthalten können. Gittli, bevor wir weiter uns diesem Thema widmen, was für Musik darf man spielen? Ich hätte gern das I Don't Wanna Be, das hat mir einfach gut gefallen, ich weiß nicht, wie der Interpret heißt, aber der sagt, er will niemand anderer sein, als er ist und das finde ich einfach gut. Ja, das klingt ja ganz gut und ich habe es leichter wie du, weil du hast mir es ja gegeben und ich sehe es am Computer, also ich werde es zwar falsch aussprechen, weiß ich nicht, der Gavin die Graw, glaube ich jetzt einmal. Also, I wanna be. Der existierende Mensch Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innspruch auf 105,9 Jeden ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Ja, meine Damen und Herren, ist Hören, der existierende Mensch für alle, die erst jetzt eingeschaltet haben, ja, Sie haben was versäumt, stimmt, Sie können es auch gern wieder anhören unter www.sinn-los.at der heutige Studiogast bei mir in der Sendung Gretli Gretli Köhle Seefeld, wie ernährt sich Tirol, wie ernährt sich Tirol, aber ich glaube auch Österreich und die Welt, wir haben ein bisschen was über die Kindheit, über die Jugend von Gretli erfahren, also ganz, ganz interessant. Ernährung zur geistigen Nahrung, da möchte ich jetzt kurz ein bisschen hinschauen, ich habe da davor im Internet nachgeschaut und habe geschaut, das mir passt das total gut, dass es ein Forum gibt, das heißt geistige Nahrung .org Brauchen Sie einfach eingeben in irgendeine Suchmaschine, dann finden Sie das. Drinnen steht, dass das anscheinend, ich habe es davon nicht gekannt, eines der meistbesuchten deutschsprachigen Diskussionsforum ist, mit mehr als eine halbe Million Beiträge, da finden Sie so Sachen wie Lebensfragen, Philosophien über Gott und die Welt, Religionen, Kultur, Plaudereiecke und so weiter und da habe ich ganz ein nettes Gleichnis gefunden und ich glaube, das passt ganz gut auch in. Ich werde mal schauen, dass ich das ein bisschen zusammenfasse. Bei diesem Gleichnis, da geht es um die Überschrift war Management Strategien, quasi Zeiteinteilung. Da wird gesprochen von einem alten Professor in einer Verwaltungsschule, der eben ein Referat hat zum Thema Zeitmanagement und eine Gruppe mit 15 Managern, die das eben ganz, ganz gespannt anhören, aus der amerikanischen Gesellschaft ist das da beschrieben und der erklärt halt so das, vielleicht haben Sie es eh schon mal gehört, meine Damen und Herren, so ein Glas oder einen Krug können Sie sich vorstellen und in diesem Krug sind große Steine drinnen und er fragt so alle Anwesenden, ist das Glas voll? Ist wirklich bis oben voll mit großen Steinen? Und das Publikum sagt, ja, ist voll. Da sagt er, ja, schaut es noch mal genau, nimmt kleine Kieselsteine, tut die Kieselsteine hinein, die fallen bei den großen Steinen vorbei und er kriegt doch noch eigentlich eine große Anzahl an Kieselsteine herein, fragt wieder, ist das Glas jetzt voll? Die sagen, ja, ja, ist voll, man kann nichts mehr reinschütten. Die, was Sie es kennen, wissen, er nimmt einen Sand, schüttet einen Sand hinein, wieder dasselbe von vorn und zum Schluss kommt das Wasser, was auch noch Platz hat. Jetzt könnte man dieses Gleichnis hernehmen, dass man sagt, okay, gut, wenn ich mich anstrengen, kann ich immer noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr schaffen, ja, das heißt, da wären wir so in dieser Belastungs-Burnout-Problematik, wie immer wir es nennen, ja, das heißt, so viel wie möglich, in so kürzester Zeit wie möglich, man könnte es aber auch von hinten anschauen, jetzt so, oder besser gesagt, da hört es eh von vorne, dass man sagt, okay, wenn man sich unser Leben, unseren Alltag, unseren, ja, unsere Wochenarbeitszeit, aber auch unsere private Zeit anschaut, dann könnte man sagen, es gibt sowas wie große Brocken, große Steine, und das wären so die zentralen Themen in unserem Leben, und was man da sieht bei diesem Gleichnis ist, wenn ich den nicht zuvor in das Glas hineintue, passt eigentlich alles andere nicht mehr rein, das heißt, ich kann nicht ein Wasser rein tun, ich kann nicht davor ein Sand rein tun, das heißt, ich kann mich nicht mit irgendwelchen, ja, sagen wir mal, so Unzulöhnlichkeiten, oder so mit Pausenfüllern, oder schon mit so Sachen, was uns zwar auch wichtig sein im Leben, beschäftigen, wenn ich mich nicht auch diesen großen Themen widme, wenn ich die da vorne nicht reinpacke, haben sie nicht mehr Platz, wenn man, bei diesen großen Themen, habe ich mir weiter überlegt, wenn wir da ein bisschen so die Existenzanalyse mit ins Spiel hineinbringen. Sie wissen, meine Damen und Herren, es geht hier auch um das Thema der Existenzanalyse und der Logotherapie, einer Psychotherapie-Richtung, begründet von Viktor Frankl, weiter verändert, unter anderem durch Alfred Lengle. Und wenn man das auf dieser Basis anschaut, dann könnte man sagen, diese großen Brocken im Leben wären laut Existenzanalyse, die beschreiben so wie, ja, da würde man sagen, Grundmotivationen des Seins. Hochgeschwoller Name, ja, aber, meine Damen und Herren, stellen Sie sich einfach einen Tisch vor. Einen Tisch mit vier Haxen. Die Tischplatte wäre unser Leben, wäre ihr Leben, wäre existieren. Und jetzt könnten Sie sagen, dieses Existieren steht auf diesen vier Haxen. Und diese vier Haxen sind zum einen die Welt, die Realität, das Faktische, wie wir gehört haben, so die basalen Grundlagen. Da geht es um das, kann ich sein? Und was brauche ich für mein Sein? Was gibt mir Halt? Was gibt mir Schutz in meinem Leben? Die Grundbedingungen, was da sein müsste. Der zweite Haxen, wer das Leben an und für sich, wer die Qualität, die Gefühle, Beziehung und Werte, da geht es um sowas wie, mag ich überhaupt leben? Nimm ich Kontakt mit dem Leben auf? Was für Qualitäten hat das Leben für mich? Das dritte, Stuhlbein, das wäre die Person, das wären Sie, das wäre ich, das wären Sie in Ihrem Selbstsein, Sie in Ihrer Autonomie, Sie in Ihren Authentischen, in Ihrer Identität. Das heißt, da wird es um das gehen. Dürfen Sie so sein, wie Sie sind? Oder müssen Sie sich nach jemand anderem richten? Und müssen Sie sich vielleicht immer nach jemand anderem richten? Oder gibt es auch Momente, sowohl beruflich als auch privat, wo es wirklich so sein können, wie Sie sind? Und die vierte Dimension wäre, in unserem Beispiel, das vierte, Stuhl, oder besser gesagt, Tischbein wäre, der Sinn. Und der Sinn wäre hier einfach so der wertvolle Kontext. Das heißt, wieso mache ich denn was? Wo liegt für mich das Wichtige drinnen? Wo gehe ich auf? Wo vergisse ich die Zeit? Da habe ich auch sowas drinnen. Sollen, soll das sein? Das heißt, da habe ich so einen höheren Wert, wieso ich das mache. Okay. Wie gesagt, da hätte man so diese Steine auf einer anderen Ebene ausgedrückt. Die Kittli hat davor zu mir gesagt, Markus, nur so negativ möchte ich aber das Ganze nicht anschauen. Das heißt, dieses Negative von eigentlich ernähren sich sehr viele falsch. Eigentlich gibt es so etwas wie Functional Food, wo uns die Industrie was vorgaukeln will. Hey, ihr seid gesund, wenn ihr meine Produkte kauft. Das möchte sie nicht nur in den Fokus richten. Kittli, was möchtest du dann in den Fokus richten? Ich möchte gerne in den Fokus bringen, dass das Thema Ernährung, Kochen, Nähren eigentlich in den ganzen, in diesen vier Säulen oder Tischbeinen, die du da gesagt hast, beinhaltet ist. Also ich glaube, das Faktische und die Realität und kann ich sein, ist schon mal ganz klar, ich muss essen, damit ich überleben kann. Dann, das mag ich sein, das hat viel mit Genuss zu tun und da ist mir das ganz wichtig, dass wenn jetzt bei meiner Arbeit, wo ich ja mit Menschen arbeite, die oft einmal den Bezug zum Genießen verloren haben oder auch zur Arbeit oder auch nicht mal über ihre Selbstwirksamkeit sich im Klaren sein, dass sie das gerade über das Kochen finde ich ganz besonders wieder lernen oder kennenlernen. Also die Erfahrung habe ich schon gemacht, dass da Leute, die gar nicht mehr schmecken wollen oder riechen wollen oder mit den Händen arbeiten wollen, schon über das Kochen und dann auch über das Essen da ganz stark wieder eingebunden werden. Also das ist dann nicht nur die Teilhabe an diesem Herstellungsprozess, sondern es ist einfach eine besondere Art von Herstellungsprozess, der beim Kochen passiert. Und dann, das betrifft mich jetzt ganz persönlich, so Sachen, wo man sich drin verliert. Also ich merke das bei mir schon, wenn ich so daheim koche und ich habe viel Zeit und ich kann was Neues ausprobieren und so, das hat sehr wohl was Meditatives auch für mich. Also das ist was, was ich wirklich mit Freude und mit Lust mache. Ja. Und was anderes, was mir auch noch ganz wichtig ist, positiv beim Nähren, wobei es auch ein bisschen kritisch ist, weil es einfach nicht mehr so ist, aber es war einfach lange Zeit so bei uns und es ist in manchen Kulturen oder Kulturkreisen immer nur so, dass zum Beispiel eine Frau im Wochenbett, da war es ganz klar, dass die von der Nachbarschaft, von der Familie eine Zeit lang ernährt wird. Also der wird das Essen gekocht und wird da hingebracht und sie kann sich auch da voll und ganz auf ihr Baby konzentrieren und muss sich um das nicht kümmern, was ja jetzt nicht nur heißt, sie bekommt Nahrungsmittel, sondern das heißt auch, sie bekommt Zuwendung, sie bekommt Wärme und fühlt sich dann da eingebettet und ebenso wichtig, welche Funktion dann die Nahrung oder das Ernähren auch hat bei Todesfällen, das war früher auch so, dass wenn in einem Haus ein Todesfall war, dass da auch die ganze Nachbarschaft einfach eine Zeit lang Essen gebracht hat und das habe ich auch schon mehrfach gehört und es ist sicher so, dass wenn man einen schweren Verlust erlitten hat oder teilweise ein Trauma, dass es dann ganz hilfreich ist, wenn jemand mit so etwas Handfestem wie mit einem Hasentee oder einer heißen Suppe oder so. Also da gibt es ganz viele Theorien, wie man dann in Krisen oder bei Traumata mit Menschen umgeht. Oft sind dann die ganz profanen Dinge, was eben dann auch Nahrung sein kann, das Beste. Ja. Ja, ich finde das total wichtig, total gut, wie du das sagst. Ich bin ja auch Notfallpsychologe und war da auch beim NDR, beim Notfallpsychologischen Dienst Österreich zeitlang tätig und so wie du sagst, in der ganz akuten Krise, nachdem jemand zum Beispiel einen ganz nahen Angehörigen verloren hat, nachdem ganz was Schreckliches passiert ist. Wie du sagst, es braucht ganz basale Unterstützung. Es braucht Dasein für den anderen, Aushalten für den anderen und es braucht genau das, wie du sagst, die Grundlagen herstellen. Den Tee, schauen, dass sich derjenige ernährt, schauen, dass sich derjenige eine Decken holt, nicht friert. Genau um diese Grundlagen geht es da. Meine Damen und Herren, die Zeit schreitet voran mit ganz großen Schritten wie immer. Jetzt möchte ich nur, nicht dass ich es vergiss, noch andere wieder zu Wort kommen lassen wie jedes Mal. Auch heute wieder Sinngedanken möchte ich kurz einspielen. Wie gesagt, wenn Sie auch Gedanken zum Thema Sinn haben, schreiben Sie mir sie oder mailen Sie mir eine Audio-Datei. Aber jetzt lassen wir noch kurz andere zu Wort kommen. Sinn Gedanke Gedanke Gedanken mit Sinn Sinn des Lebens ist für mich einfach mit meiner Familie das Glück zu finden und auch das zu leben. Da fällt mir einfach ein Wort vom Hasriti Mevlana, das ist der Tanzen der Derwischen vom Flügchen und wo ich mir auch ganz viel von dem so ein bisschen abschaue, wo ich einfach auch das Gefühl kriege, das ist das Richtige, was er sagt. Das ist eigentlich das Sinn des Lebens. Sinn des Lebens ist für mich ein Spruch von ihm zum Beispiel Und das würde auf Deutsch dann bedeuten, wenn man mit einer Kerze eine andere Kerze anzündet, was würde dann die Kerze von ihrem Licht verlieren? Eigentlich gar nichts. Also wenn man Menschen helfen kann, ihnen was geben kann, gewinnt man ja nur noch dazu, Licht dazu, den Sinn des Lebens dazu und man verliert ja dadurch auch nichts. Und das wäre eigentlich so das Sinn des Lebens für mich.